So, hier jetzt das Schaltungstraining Teil 2. Zwei weitere Schaltungen zum Thema Reihen- und Parallelschaltungen bzw. Ohm ist Gesetz. Ich werde die Schaltungen jetzt deutlich schneller besprechen. Wir haben das so vorgesehen, dass man sich eigentlich erst den Teil 1 ansehen muss, um die Schaltung zu verstehen. Also wäre das vielleicht ganz sinnvoll, da einmal reinzuschauen. Ihr könnt, wie gehabt, diesen Film an dieser Stelle anhalten und selber versuchen, die physikalischen Größen, die ihr ja hier seht, zu ermitteln, um euch dann anschließend die Lösung anzusehen. Bei der Lösung werde ich nur noch auf die Spezialitäten eingehen, die im Schaltungstraining 1 nicht genannt wurden. Gut, kommen wir zur Lösung. R34 ergibt sich hier als Ersatzwiderstand der kleinen Parallelschaltung zu einem Ohm. R-Gesamt ermittelt sich dann zu 12 Ohm für die Reihen-Schaltung. Der Stromkreis ist geschlossen. Entsprechend haben wir einen Strom von einem Ampere, nämlich 12 Volt geteilt durch 12 Ohm. I2 ebenfalls 1 Ampere. I3 dann 0,5 Ampere, weil sich der Strom an diesem Punkt hier aufteilt. Ein Teil des Stromes fließt durch den Widerstand R3. Der andere Teil des Stromes fließt durch den Widerstand R4. Da die beiden Widerstände gleich groß sind, ist aus der Anschauung schon klar, dass sich die Ströme halbieren müssen. Man kann das natürlich auch ausrechnen. Da kommen wir gleich noch zu. Der Gesamtstrom dann entsprechend wieder gemessen mit unserem Amperemeter, was hier hinter dem Schalter sich befindet, 1 Ampere. Die Spannungsabfälle UF, ähnlich wie beim Schaltungstraining 1, natürlich 0 Volt, weil R der Sicherung 0 Volt ist. US ähnlich, 0 Volt. Jetzt die Spannungsabfälle. Auch die ergeben sich wieder wie im Schaltungstraining 1 besprochen. Jeweils zu 1 und zu 10 Volt. So, die verbleibende Spannung für UR3 und UR4 ist dann 1 Volt, Reihenschaltung von Widerständen. Die Teilspannungen addieren sich zur Gesamtspannung. 10 plus 1 sind 11, wir haben insgesamt 12 Volt, also bleiben 1 Volt für UR3. In der Parallelschaltung sind die Spannungen gleich, also an U4 ebenfalls 1 Volt. Die Potenziale an den Messpunkten, Voltmeter im blauen Messpunkt mit der Masseklemme und dann an den Punkten A, B, C, D die Potenziale gemessen, ergeben sich zu, im Punkt B natürlich 0 Volt, gleiches Potenzial wie im Messpunkt. Am Punkt C messe ich den Spannungsabfall über R2 und unserem Ersatzwiderstand R34, also 1 plus 10 sind 11 Volt. Und im Punkt D messe ich den Spannungsabfall über der Parallelschaltung, also 1 Volt. Gut, schauen wir uns die nächste Schaltung an. Das ist ähnlich wie eben, nur dass der Widerstand R2 defekt ist, nämlich 0 Ohm. Das ist dann sehr, sehr einfach. Es gibt eigentlich nur etwas andere Zahlen. Wir rechnen wieder R34 aus, ähnlich wie eben 1 Ohm. R-Gesamt ergibt sich dann zu 12 Ohm. Wir haben jetzt hier in unserer Schaltung im Übrigen einen LKW, nämlich mit 24 Volt, Versorgungsspannung. Die Ströme ergeben sich dann zu 2 Ampere, beziehungsweise in unserer Parallelschaltung, analog zur Schaltung eben, mit jeweils 1 Ampere. Der Gesamtstrom ergibt sich zu 2 Ampere, wie I1, also der gleiche Strom, der auch durch den Widerstand R1 fließt. Die Spannungsabfälle wieder 0 Volt. Der Spannungsabfall an UR1 gemäß der Gleichung U gleich R mal I mit R11 Ohm mal 2 Ampere, natürlich 22 Volt. UR2, da der Widerstand 0 ist, ist das Produkt aus R mal I0, also 0 Volt. Es verbleiben 2 Volt für R3 und auch R4. Schauen wir uns die Messpunkte an, A 0 Volt, B 0 Volt, dann C der Spannungsabfall über der Parallelschaltung, weil ja R2 0 ist, ergibt sich zu 2 Volt und der Punkt D dann entsprechend genau wie C, ja 0 Volt. Vielleicht eine kleine Erklärung noch zu den Teilströmen, die sich ja hier aus der Anschauung heraus halbieren, weil unsere Widerstände gleich sind. Man kann das natürlich auch ausrechnen, dafür muss ich mir zuerst die Spannungen hier besorgen. Wir kennen die Spannung UR3 mit 2 Volt, also ergibt sich für zum Beispiel den Strom I3, I gleich U geteilt durch R, 2 Volt geteilt durch R3, 2 Ohm, 2 durch 2 ergibt 1 Ampere. Das war uns eben aus der Anschauung klar, dass die 2 Ampere sich hier gleichmäßig aufteilen müssen, weil die beiden Widerstände gleich groß sind.